Herzlich willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und für diejenigen, die schon den ersten Teil des Videos gesehen haben, Gold besser als Silber, haben wir heute die Gegenfrage, ist Silber besser als Gold? Und ja, jetzt möchten wir heute einige Argumente auspacken, warum natürlich Silber auch seine Vorteile hat, warum Silber vielleicht auch attraktiv sein kann oder sogar attraktiver als Gold ist. Und es ist so, dass Silber speziell ein ganz großes Argument vor sich her schiebt und zwar ist das sogenannte Gold-Silber-Ratio. Zu Deutsch Gold-Silber-Verhältnis. Das Verhältnis, wie viel Unzen Silber sie auf den Tisch legen müssen, um eine Unze Gold zu bekommen, damit man ein Bild hat. Und die Historie über die letzten 1000 Jahre besagt, dass dieses Verhältnis 1 zu 10, 1 zu 11 war. Es gab Zeiten, wo es 1 zu 15 war. Jetzt sind wir im Industriezeitalter oder im Nachindustriezeitalter und müssen sagen, jetzt haben wir ein Verhältnis, das etwas höher sein dürfte, weil natürlich die Industrie viel Silber aufbraucht. Aber das Verhältnis ist so enorm hoch, dass momentan alles für Silber spricht. Und zwar ist das Verhältnis 1 zu 70. Wir haben einen aktuellen Goldpreis von 1.168 Euro und einen Silberpreis von 16,65 Euro. Und wie kommt man auf dieses Gold-Silber-Verhältnis? Das ist ganz einfach. Man teilt Gold durch Silber und dann kommt man ungefähr auf 1 zu 70. Das bedeutet, Sie müssen 70 Unzen Silber und relativ großen Berg auf den Tisch legen, um eine Unze Gold zu bekommen. Was gleichzeitig bedeutet, dass Silber deutlich unterbewertet ist. Das heißt, wenn wir wieder auf dieses historische Verhältnis von 1 zu 10 zurückkommen, dann hätten wir noch eine Versiebenfachung des Silberpreises vor uns. Was bedeuten würde bei einem Silberpreis von knapp 17 Euro, was bedeutet, wenn wir im Kopfrechnen gut sind, 17 Euro circa mal 7, dann sind wir bei ungefähr 120, 119 Euro. Das bedeutet für Sie, dass natürlich das traumhafte Zeiten werden. Und wenn Sie mit dieser Einstiegsmöglichkeit keinen Silber kaufen, dann haben Sie es vermutlich nicht verstanden. Grundsätzlich ist es so, dass Silber auch als Industriemetall gefragt ist. Das heißt, die Automobilindustrie, die Raumfahrtindustrie, die Fotoindustrie, zwar immer weniger, aber immer noch Smartphones, die PCs, Automobilindustrie. Das ist wichtig, weil da gibt es ungefähr so einen Faktor von 1,5 Unzen pro Fahrzeug, die verbaut werden, dass Sie eine Vorstellungskraft haben, wie viel Silber denn wirklich auch industriell verbraucht wird. Was dazu führt, dass natürlich bei großer Industrie der Nachfrage der Silberpreis deutlich steigt. Im Gegenzug kann er natürlich auch fallen, aber durch diese industrielle Nachfrage und durch den Verbrauch von Silber werden wir jetzt zu einem der wichtigsten Argumente kommen, und zwar der Silberpreis wird circa 2025 bis 2027 laut silberinstitut.org aufgebraucht sein. Das heißt, es wird weniger Silber vorhanden sein, als es noch produziert werden kann. Und dann sind wir an dem Punkt, dass Silber wirklich rar ist. Spätestens dann müssten wir, wenn das Silber physisch ausgeht, das Verhältnis von 1 zu 70 wieder ausgependelt haben. Wahrscheinlich ist es so, dass der Silberpreis dann noch deutlich höher ist. Jetzt kommen wir auch zum Silber als Krisenschutz, als Krisenanlage. Silber lässt sich natürlich in der Krise auch als Tauschmittel verwenden. Es ist so, dass Sie Silber in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis bestimmt auch gegen gewisse Konsumgüter tauschen können, und Sie sind mit kleinen Stücken sehr flexibel. Ja, was kann man zum Silber noch sagen? Silber ist das Gold des kleinen Mannes. Den Spruch haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es ist tatsächlich so, viele Anleger, die sagen, ich habe nicht so ein großes Vermögen, ich möchte aber trotzdem Edelmetalle, und es spricht ja vieles für Silber. Die kaufen dann Silber aus dem Grund, weil sie sagen, okay, ich kann hier Stück für Stück in kleinen Etappen selbst für 20 Euro schon ein Vermögen aufbauen, wenn ich Stück für Stück was zukaufe. Für 20 Euro bekomme ich nicht mal ein Gramm Gold. Ja, ein Gramm Gold, da sind wir irgendwo zwischen 40 und 50 Euro. Das heißt, Sie sind mit Silber schon etwas flexibler, wenn das Vermögen nicht ganz so groß ist. Seit 2014 ist es so, dass der Silberpreis interessant ist, und zwar deswegen, weil wenn Sie in Deutschland Silber verkaufen, dann ist es nicht mehr so, dass Sie die Steuer verlieren, also die 7%, die wir bis zum Jahr 2014 hatten, sondern durch die Differenzsteuer bei den meisten Silberprodukten, also Silbermünzen oder Münzbachen, bekommen Sie quasi das, was Sie bezahlen, im vollen Verhältnis wieder raus, abzüglich des Faktors, den der Händler sich abzieht, für sein eigenes Risiko. Und früher war es so, dass Sie 7% erstmal verloren haben, und dann noch das Risiko des Händlers. Das heißt, Silber ist jetzt ähnlich wie Gold zu behandeln in Deutschland, und Sie können es jederzeit auch schnell ohne steuerliche Verluste wieder verkaufen. Und das spricht deutlich für Silber natürlich, weil Sie hier auch in kleinen Mengen schon ein großes Vermögen anschichten können und sukzessive sich mehr aufbauen können, auch wenn nicht so viele Ersparnisse da sind. Silber ist sehr ästhetisch, ja, weil Silber hat natürlich einen Vorteil, Silber ist durch die geringeren Produktionskosten viel vielfältiger. Es gibt viel mehr Sammlermünzen, es gibt viel mehr verschiedene Münzen im Silber als im Gold, weil Sie beim Silber natürlich, oder weil die Hersteller spielerischer rangehen und mal was probieren, und es gibt dann gewisse Totenköpfe vielleicht schon als Silberbarren, und es gibt Pyramiden, und es gibt Münzen mit irgendwelchen Aufdrucken, Kolorierungen, spezielle Sammlermünzen. All das macht die Silberwelt viel größer als die Welt des Goldes, und das lässt vielleicht auch bei Ihnen das Funkeln fürs Silber erwecken, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, das einen sehr lange beschäftigen wird, wenn unsere Krisen der Welt sich weiter so hoch schaukeln, und dann hat man natürlich hier ein bisschen mehr Abwechslung als beim Gold, wo die klassischen Anlagemünzen sich zwischen Krügerand, Maple Leaf und Philharmonika bewegen. In diesem Sinne haben wir jetzt das zweite Thema auch hier etwas näher behandelt. Wir hoffen, wir haben Ihnen einige Informationen näher gebracht. Wenn Sie noch weitere Punkte haben, warum Silber für Sie das absolute Nonplus Ultra ist, schreiben Sie es doch gerne in die Kommentare. Wir wissen auch nicht alles, oder wir haben auch nicht alles in dem Thema behandeln können, weil das Video für uns etwas begrenzt ist. Ich würde mich über ein Like, über ein Abonnement oder über einen Anruf von Ihnen freuen, wenn Sie mich, Dominik Kettner oder meinen Vater Jürgen Kettner anrufen. Bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen.